So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich habe mir jetzt mal hier dieses Hintergrundbild genommen zum 8-jährigen Jubiläum von Pokémon GO. Das sah richtig cool aus. Ihr wisst ja vielleicht, hinter dem Handybildschirm ist hier ein Schillock. Aber in irgendwas ist es groß. Es ist hier so Giga Döner Max, keine Ahnung, aus den Spielen. Ich bin da nicht so bewandert. Ich habe das mal davor gemacht, dass ihr lauter Kleinzeug links und rechts daneben habt. Ich habe mich ein bisschen jetzt lila gemacht, genauso wie diese Ultra-Pforte oder dieser riesen Döner Max, der da in der Mitte hängt. Und ich möchte dieses Video jetzt schon mal vorproduzieren für den Freitag. Denn am Freitag sind wir auf dem Weg nach Gerard zum Thomas, treffen dort Genaia und wahrscheinlich auch Tiso und Silvio, also Scheinux. Wir wollen zusammen das globale GO-Fest in Gera spielen und aufmerksame Zuschauer wissen, wir waren ja auch zur Sinotour dieses Jahr im Februar in Gera. Da gab es auch zwei Raid-Streams am Samstag und am Sonntag, wo wir eben die Urformen von Dialga und Palkia geradet haben, unterwegs, live, mit dem Handy von Arena zu Arena gerannt. Da gab es ein Ausbeute-Video, da gab es einen kleinen Vlog, was man sonst noch in Gera so machen konnte. Und dieses Video könnte nicht passender sein, denn ihr wisst vielleicht, ich habe damals zur Sinotour ein hundertprozentiges Ur-Dialga aus Gera mitnehmen können. Dialga, das war auf jeden Fall richtig stark, das hat mich mega gefreut, das ist ein, naja, ein Souvenir gewesen. Denn ihr wisst, ich bin ja mittlerweile, der Main-Account ist weg, da habe ich gesuchtet, wie sonst war es, da verstecken 10.000 Euro drin. Man hat von jedem Monster so viele Raids gemacht, bis man jedes Legendäre als Hunderter hatte und auf Level 50 ziehen konnte. Jetzt der Habanero ist free to play. Du kaufst nichts, du machst nichts, großartig. Du bist so minimalistisch unterwegs, du gönnst dir vielleicht mal ein bisschen Beutelplatz, wenn aus den Arenas wieder Münzen abwirft. Und trotzdem hat man ab und zu Glück und kriegt was, womit man nicht rechnet und findet das plötzlich richtig genial. Also, dass man auch mit wenig Raids ein Hunderter mal rauszieht. Das Gefühl hatte ich damals nicht, wenn ich hier 783 Raids für Mewtwo gebraucht habe, bis das Hunderter kam. Das sind alle Dialga, die ich jetzt hier auf der Hand habe. Immer noch Abschluss Sinotour, Vorbereitung, globales Go-Fest. Ich möchte mal ganz kurz hier noch bewerten, was habe ich hier denn noch über? Das hier hat zum Beispiel 15 Angriff. Das hat gar nichts, aber hat Wetterboost. Hier sieht es so aus, hier sieht es so aus. Zack, und da ist ein 100%iges am 25.02. in Gera. Können wir überprüfen, das war also zu Sinotour. Das Gute ist, ich habe ja nicht nur am ersten Tag im Stream ein 100%iges bekommen. Ich habe auch am zweiten Tag, kurz nach dem Stream oder so, noch ein 100%iges Ur-Dialga bekommen. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich möchte unbedingt, wenn ich Ur-Dialga als 100% habe, auch Ur-Palkia als 100% haben. Ich habe jeden Lucky Trade danach mit Ur-Palkia gemacht. Was dabei rauskam, zeige ich euch gleich. Denn das ist Wetterboost Level 25 und das ist das andere, also das kam am zweiten Tag. Das hier war am ersten Tag, ihr seht es am Datum. Das habe ich mittlerweile ein bisschen hochgezogen, erstmal auf Level 40 durch die Bonbons. Wenn ich raide, kriege ich ja Sonderbonbons und ich wusste immer nicht, in was ich die reinpacken soll. Aber also habe ich alle Sonderbonbons erstmal in dieses 100%ige Dialga gesteckt. Und wenn ich Glückstrades machen musste und ich wusste immer nicht mit was, weil ich nichts gesucht habe, habe ich dann Ur-Palkia gesucht. Und man braucht immer Ziele, das ist wichtig. So, was haben wir noch? Das ist ein normales, das ist ein normales, das ist ein normales. Okay, das ist vom NetGhost mal rübergetauscht. Das sieht auch gut aus, das ist kein Ur, aber ein Shiny auf 4006. 14, 14, 14, passt. Wie viele Rates habe ich denn von Dialga jetzt hier gemacht? Hier steht 15. 15 gesehen, 15 gefangen, ein Glücks, das ist sehr wenig. Und da 200er Ur-Dialga, die nur zwei Tage verfügbar waren, das ist schon cool. Was jetzt Leute nicht unbedingt auf dem Schirm haben, ist, wenn ihr hier mal guckt, wie viele Glücks-Palkias ich mittlerweile habe. Wenn ich auf Palkia mal drauf drücke, dann seht ihr hier schon 59 gesehen, 59 gefangen und 40 Glücks-Palkia. Die Getauschten zählen ja auch immer dazu. Das heißt, wenn ich 59 gesehen habe, aber 40 Glücks, habe ich ja eigentlich nur 19 Stück geradet. Das andere waren 15 geradet und das sind 19 geradet. Das ist also ungefähr gleich. 40 Stück getauscht. Und ich würde dieses Video jetzt nicht machen, wenn ich mein Ziel nicht erreicht hätte. Ich habe mein Ziel erreicht, aber guckt euch das an. Das ist das Mindeste, was man bei einem Lucky Trade haben kann. 12, 12, 12. Man könnte jetzt immer nachgucken, von wem das ist. Das erspare ich mir aber jetzt. Ich möchte nur mal so kurz durchgucken, denn ich habe so viele Versuche gehabt. 40 Lucky Trades gemacht. Alle möglichen Städte dabei. Wie hier in Österreich. Dann habe ich gedacht, ja komm, selbst wenn es 15 Angriff hat, ist das schon mal was wert. Es wurde ja dann auch immer besser. Ihr seht ja auch hier, das ist schon ein 96er, das sieht gut aus. Da ist auch ein 96er. Dann hast du hier ein 98er mal gekriegt aus Kriens, LU Schweiz. Aber das hat mir nicht gereicht. Ich hatte das 100er Ur Dialga. Ich wollte das 100er Ur Palkia haben. So, jetzt kommst du schon in den Wetterboost rein. Weil das war das Beste ohne Wetterboost mit 23,61. Mit Wetterboost haben wir hier 13, 13, 13. Nochmal 13, 13, 13. Sind genau die gleichen. Duisburg, Berlin. Aber wir haben weitergetauscht, weitergetradet. Und haben nicht aufgegeben, auch hier 96er am Start, 96er am Start, 98er am Start. Aber es hat mir nicht gereicht und dann kam es. Dann kam es im 40. Lucky Trade von Dully Squad. Und den habe ich mir beschriftet aus Frankreich. 100% Ur Palkia. Kann ich hier Power-Ups geben? Nein, weil mir fehlen Bonbons. Den würde ich natürlich gerne auch mal... Oh, warte mal. Ich kann ja mal hier 12 umwandeln gerade. Ich bräuchte 66 Bonbons, um den auf Level 40 zu pushen. Also das ist auch ein Ziel, was ich habe. Mindestens Level 40. 50 ist halt schlecht durch die XL. Obwohl, der hat ja schon ein paar XL. Also sobald der 40 ist, kann er noch ein paar Power-Ups Richtung 50 machen. Und er hat Raumschlag. Das ist auch gut. Also hier würde ich jetzt noch Sonder-Bonbons reinpacken, um den ein bisschen hochzuziehen. Was haben wir aber noch? Wir haben glaube ich noch ein normales hier. Palkia, genau. Da haben wir das. Da haben wir das. Ja gut. Das ist auch ein XXL. Das ist groß und fett. Das passt. Jetzt habe ich letztens... Wenn ich... Wir haben nämlich noch ein Teil im Video. Und zwar... Wenn ich auf Kyogre gehe. Kyogre hatte ja einen Raid-Day. Da haben wir auch einen Stream gemacht, wo wir rumgerannt sind. Und haben am Raid-Day dann einfach zwei Stunden Raids angeboten. Unterwegs selber Raids gemacht. Die Leute mitgenommen. Habe ich eins gesucht, was ich mega entwickeln konnte. Also wo ich die Protomorphose durchführen konnte. Dieses habe ich dann genommen. Aus einem Lucky Trade heraus. Habe das auch ein bisschen gepusht. Und habe mich entschieden, diesem die Protomorphose zu geben. Da das ja völlig neu war für mich, ging es mir nicht um ein Hunderter. Aber ein halbwegs passables. Und was heißt halbwegs passabel? Das ist ein 96er. Also das ist 15, 15, 13. Hat mir geschmeckt. Habe ich genommen, um daraus ein Proto-Kyogre zu machen. 100 Prozent, 96 Prozent ist nicht so tragisch. Bei Ur wollte ich unbedingt das Hunderter, weil das andere Hunderter war. Hier, die sind nützlich und fett. Die nimmst du so. Bei Groudon, beziehungsweise kann man hier auch mal kurz auf die Statistik gucken. 2 gesehen, 17 gefangen und ein Glücks. Verstehe ich nicht. Bei Groudon, pass auf. Bei Groudon habe ich auch getauscht. Ich habe geradet. Wir haben auch Raid Day gemacht. Das war richtig toll. Kyogre und Groudon, die Raid Days waren unvergessen. Habe ich dann auch getauscht. Habe einen auch mega entwickelt. Also die Protomorphose gemacht. Und warum? Weil es auch ein 96er war. Auch wieder mit 15 Angriff. 15 KP, aber 13 Verteidigungen. Das war im Prinzip dasselbe. Hauptsache 15 Angriff. Das hat gepasst. Habe ich gemacht. Habe ich ein bisschen hochgezogen. 7 gesehen, 21 gefangen, 6 Glücks. War für mich dieses Duho abgeschlossen. Dann war angekündigt, mega Rai Quasa kommt wieder. Raid Day. Machen wir wie bei Kyogre und Groudon. Laufen wir rum 2 Stunden. Nein. Problem war, es war kein Raid Day. Es waren Elite Raids. Top Raids. Vor Ort. Ich habe also an dem Tag. Naja, statt halt gefühlt 21 Raids wie sonst, 4 Raids gemacht. Und in den 4 Raids war halt nicht wirklich was dabei. Jetzt hatte ich genügend Energie, um Mega Rai Quasa zu entwickeln. Aber ich hatte kein Exemplar, was ich entwickeln wollte. Also habe ich mir gedacht, ich werde auch bei Rai Quasa Lucky Trades machen. Ich brauche ein Ziel, was ich bei den Lucky Trades mache. Nimmst du Rai Quasa, tausch das rum. Ich kann euch mal die oberen hier kurz zeigen, weil die sind... Warum sind die überhaupt? Die sind auf Level 40 alle. Habe ich mir glaube ich rüber getauscht, oder? Hier der Hannes. Ah, Hannes war der Verrückte. Hannes hat mir eins, weil er viele Bonbons hatte, eins auf Level 40 gezogen und mir getauscht, damit ich gleich ein gutes habe zum Kämpfen. Würde ich aber nicht zu einem Mega Rai Quasa machen, weil es sehr schlechte Werte hat. Der Level passt, die Werte sind schlecht. Und Rai Quasa ist ja der Dritte in diesem Trio mittlerweile, wo ich auch wenigstens 15 Angriff haben wollte. Selbst wenn es nur ein 96er ist, 98er, 96er, selbst ein 93er oder 91er, wenn es 15 Angriff hat, reicht mir das zur Mega-Entwicklung. Das war schlecht, das hatte zwar dann 15 Angriff, aber 12-12, das war mir doch zu wenig. Dann hier, keine 15 Angriff, aber jedes Mal Level 40 schon. Was ist das denn? 12 Angriff, geh doch weg. Und das, 3799 mit 12, 13, 15, die Treppe ist falsch rum. Hat mir nicht geschmeckt, hat mir nicht geschmeckt, 3800, 14 Angriff, war mir nicht genug. Gut, also, gucken wir mal von unten, was haben wir denn jetzt nur gehabt? Also, was nicht Lucky ist, ist ja sowieso nicht getradet. Was Lucky ist, ist getradet, auf die wird sich jetzt konzentriert. Hier, Lucky, 12, 12, 14, das ist Rotz. Hier, Shiny Lucky, da haben sogar Leute gesagt, komm, ich habe einen Shiny, kann ich dir geben, kannst du ja mega entwickeln. Aber 12, 13, 14, nein, hier, 12, 14, 14, nein, nix, das ist kein Lucky, hier wieder Lucky 15, aber wieder 12, 12. Nein, das möchte ich nicht mega entwickeln, das nächste Shiny hat 15 Angriff, okay, 12, 12. Das, das war nix, das, ich hab so, ich hab, ich muss warten, du musst, Pokémon ist manchmal, du brauchst Geduld einfach. Nicht das erstbeste entwickeln, durchziehen, das machst du einmal, hab Geduld. 21, 60, ist doch gut, oder? Ne, hat auch wieder nur 12. 61, ja, der hat 13 Angriff, das ist auch nix. 14 Angriff, aber es ist insgesamt noch zu schlecht. Auch dieses Shiny hat sogar mehr WP, aber es hat wieder eine falsch rumme Treppe. Wir sind schon bei 63, aber 14, 14, 12 hat kein 15. Nächstes Shiny, 14, 12, 15, ne, 21, 67, nein, 71, nein, die Treppe, falsch rum. Hätte das 15, 14, 13, ich hätt's mega entwickelt. 21, 73, 14, 14, 14, wer will denn da noch meckern? Aber es hat keine 15 Angriffe, also hat mir auch nicht gereicht. Nochmal, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 13, ist es denn so schwer, oben den Balgen voll zu kriegen? Und dann ist es passiert. Bei einem Lucky Trail, mit Andi Mask. Ich hätte ein 98er genommen, ich hätte ein 96er genommen, ich hätte ein 93er genommen. Hauptsache 15 Angriff. Und dann ist der Tausch mit Andi Mask da und es wurde ein 100% Lucky Rayquaza. Ich habe Proto Chiyokre, Proto Groudon, Proto Morphose gemacht. Ich habe jetzt ein Exemplar, was ich bereit wäre, die Megaentwicklung zu machen und es ist auch noch ein 100%iges. Also geht's denn eigentlich besser? Eigentlich nicht. Hier sind dann welche wieder mit Wetterboost, aber ihr seht auch hier mit Wetterboost, da war nicht das Richtige dabei. Der 15er-Wert hat einfach nicht geklappt. Hier ist ein 15er-Wert, 15, 15, aber 12. Nein, das war mir zu weit entfernt. Und dann kommen ja die 3 oben. Das heißt, wie viel haben wir hier jetzt gehabt? 23 gesehen, 33 gefangen, 27 Glücks. Das heißt, die 27 musst du von den 33 abziehen, dann sind da 6 Stück. 6 Stück, also 6 Stück irgendwie mal gemacht. Waren ja auch 2 oder 3 dabei. Ich glaube, das waren sogar 2 Getauschte, die aber nicht Lucky waren. Deswegen, es müsste schon passen mit, dass ich 4 Stück nur selber geradet habe. Rayquaza, jetzt komm gefälligst zurück. Und wir haben so viel, das möchte ich jetzt unbedingt erstmal mega entwickeln. Jetzt kann ich keinen Zenitstürmer beibringen. Doch, warte, ich drücke hier drauf. Gebe ihm mal Zenitstürmer, denn nur mit Zenitstürmer kann es sich ja mega entwickeln. Und jetzt kann ich hier die Megaentwicklung durchführen. Das ist auch eins, wo ich natürlich Sonderbonbons dann jetzt reinstecken würde. Also, bei Ur-Dialga, bei Ur-Palkia, bei Rayquaza, bei Groudon, bei Kyokre. Jetzt hätte ich da, glaube ich, sogar schon ein bisschen was hochziehen können, habe ich aber jetzt vergessen. Da muss auch jetzt der Tag mega dran, dass ich weiß, wenn ich es kostenlos entwickeln kann, mache ich das, dass ich da immer mal den Level steige. Weil ich noch 600 übrig habe, möchte ich aber, glaube ich, trotzdem jetzt noch ein Shiny Rayquaza mega entwickeln. Und da müssen wir jetzt einfach nur mal gucken, welches davon das Beste ist. So, das sieht schlecht aus, das hat 15. Da fehlen aber insgesamt 6 Werte. Haben wir noch eins mit 15? Nein, da fehlen insgesamt ja nur 3 Punkte. Und es hat sogar Wetterboost. Hier fehlen 3, 4 Punkte. Und es hat kein Wetterboost. Hier ist aber der Angriff 1 besser. Hier fehlen auch 5 wahrscheinlich. Da noch mehr? Ich weiß nicht. Was würde dann am... Man könnte jetzt auch mal so schauen, was kommt denn am höchsten? 4, 2, 5, 9. 4, 2, 7, 2. 4, 2, 8, 0. 4, 2, 8, 6. Und hier 4, 2, 9, 7. Das heißt, nicht nur das mit Wetterboost hat jetzt schon die höchsten Dings, sondern es ist auch mit diesem Level besser als alle anderen. Und das heißt, ich werde dieses jetzt auch mega entwickeln. Genau. Der kriegt ja auch... Antikkraft wird vergessen. Der kriegt auch Zenitstürmer. Und eine mega Entwicklung. Und das ist das letzte Video. Also vor dem globalen Go-Fest. Einfach nochmal so einen kleinen Einblick bei mir hier. Was ich in letzter Zeit so hinter den Kulissen gemacht habe, wie ich meine Spezial-Trades irgendwie verballert habe. Was ich so für Ziele hatte. Wie ich auf Suche war. Und ich finde es genial. Also mir hat das jetzt geschmeckt. Von wem war das? Das war von Borki. Dankeschön, Borki. An der Stelle... Jetzt muss ich das aber wegmachen. Wo ist denn das andere jetzt wieder hin? Von Andi Maas genau. Weil hier kann ich jetzt ja auch schon mal ein paar Power-Ups hinzufügen. Auf 3.342. Also das wird dann immer mal gepusht. Da muss auch der Tag mit 100% noch dran. So. Dankeschön, Andi Maas. Dankeschön, Borki. Dankeschön, Dooley Squad. Dankeschön, alle anderen. Ich hatte ein bisschen so die Lust verloren. Aber durch solche Sachen hat man dann doch irgendwie wieder Bock. Worüber ich mich auch gefreut habe. Das kann ich euch auch jetzt nochmal kurz zeigen. Es sind ja momentan die Ultra-Bestien in den Raids. Wo man also hier... Wo man hier Schlinking jetzt raiden konnte. Dank NetGhost habe ich ja zwei tägliche Pässe. Hätten Shiny bei rumkommen können. Hätten Hunder dabei rumkommen können. Man hätte vielleicht diesen Ultra-Pforte-Spezialhintergrund haben können. Bei Schlinking ging sich das leider nicht aus. Dann kam ja Anego. Ging sich nicht aus, dachte ich. Aber dann kam das Shiny. Und das war richtig cool. Denn ich habe nicht nur... Das war mein Pokedex-Eintrag von Anego, als der jetzt da war. Und im zweiten Raid, mit dem zweiten Pass, den ich nur wegen NetGhost habe, habe ich einen Shiny bekommen. Und dieses Shiny hat diesen speziellen Ultra-Pforte. Und das war cool. Das hat Spaß gemacht auch. Und da hat man sich gefreut. Heute war ja Katagami da am Mittwoch. Da ging es sich auch nicht aus. Also das hat auch nur den normalen Grashintergrund gehabt. Am Donnerstag ist ja nochmal Muramura. Ein Koblosio, also bei uns Muramura. Vielleicht kriege ich da nochmal einen Background. Da bin ich gespannt. Da muss ich gucken. Und am Freitag, also wenn ihr das Video hier seht, ist ja dann Chabelle da. Und ja, vielleicht Background. Da muss ich gucken, zwei Raids zu machen. Was ist das? Ich weiß es nicht. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Euer Ramses und danke fürs Schauen.